Aber hier läuft irgendwo ein Typ so frei herum, ne? Oh, jetzt will ich. Schieß doch frei, hast du Kontakt? Nein, ich hab auch nur ein Loch, wollte ich da hinschießen, aber ist jetzt unnötig. Aber der war hinter uns, der wird gleich 14 Seiten von hinten angreifen. Genau der! Wo war der? Ja, der war hier. Hallo. Hallo. Achso, du hast getötet. Jaja. Ah fuck, 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 fuck. Oben ist einer, oben ist einer bei mir. Chris, wo bist du? Er hat ganz wenig Leben, aber ich hab... Wie viel steht das? Ist okay, es steht 1-1, bitte leid sein. 1-1? Ja. Ja. Bist du der einzige? Nein, nein, nein. 1-1. Stopp, ich will grad sagen. Runde! Also, ein Sieg, ein Sieg. Ich reagier grad auf ne Frage von Mario. Sie ist im Masse, doch super. Doch, das war doch 1-1. Ah ne, ich war noch ein anderer bei mir. Ich war noch am Leben. Ja, stimmt. Ja, das... Ich hatte ihn doch vorhin doch schon, äh... Oh Gott, ey. Was abgezogen hat. Mario fragt, wie es steht. Wie steht es? 1-1, was? Das ist doch mehr als einer hier. Junge, ich hab keinen Bock alleine gegen die ganzen Luft. Ich war doch da! Ich hab's nicht gesehen, man. Ja, weil ich hinten noch einen Fuse umgebracht habe. Da kam keiner. Da kam einfach keiner. Ich war noch ab... Ich war noch beschäftigt mit den außen stehenden Leuten. Ach ja, Mann. Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich tanze ja schon! Alter! Oh, was? Alex, ich hab nur noch 100 HP. Fick dich! Ich hab gar nicht auf dich gezielt! Oh! Ich wollte dich nicht killen! Ich wollte dich nicht killen! Alter! Da ist jemand Nachtfragen. Keep an eye on go! Alter, das ist wirklich... Haha! Christian muss das machen! Ach du Scheiße! Wow! So, können wir uns wieder lieb haben? Ja, wir haben jetzt ja. Drückte alle F5! Drückte alle F5! Ich hab leider F6 gesucht. Ich bin ausgerutscht. Nein, ich hab wirklich F6 gesucht. Weil Alex... Du weißt doch, wie Mario sich zielen kann. Er kann nicht zielen. Genauso wie du! Genauso wenig wie du! Stimmt, ich hab ein ganzes Magazin daran leer geschossen. Was machst du? Los machen wir noch Franzosenteam! Alex... Alex, vertragen wir uns? Also ich hätte eigentlich... Ich hätte eigentlich Back verhören müssen, aber ich dachte da wäre noch ein Typ in der Nähe. Deswegen wollte ich nicht riskieren. Ja, wir vertragen uns auch. Nein, ich will Blutrache sehen. Du hol doch deine 13 Cousins und so. Ja, ich hab nur gesehen, das ist das Problem. Er ist kein Türke! Ach so! Er ist Valender! Ich glaub mir, der war bei uns eigentlich ein bisschen Hitze. Nein. Nein, also... Könnt ihr's beweisen? Nein, also... Könnt ihr's beweisen? Er steht in Persön drinnen. Also ich find... Umut sieht eher aus wie ein Belgier. Was? Also ich hab einen belgischen Akzent! Also... Genau, belgischen Akzent! Was ist das? Also wenn ich heute nicht rede, darf ich einen belgischen Akzent sagen, meinen Freunden. Das ist ein türkischer Akzent! Ist ernsthaft! Ich hab einen belgischen Akzent! Ich hab belgischen Akzent! Ah ja, voll! Das ist belgische Akzent! Das ist ein türkischer Akzent! Ah nein! Also ich kenn das, wenn ich japanisch rede, hör ich mich französisch an. Mir geht's auch so! Scheiße, Alter! So, aufpassen, die haben ein Fenster aufgemacht nach draußen, das heißt die... Da ist ein Fenster offen! Ja, klar! So, ich deck... Ja, gut, guck mal! Ja, die Klemmer bringt nichts! Egal, egal! Scheiße! Abweist nicht mehr ändern! Ah, fuck! Nein! Meine Beine! Nein! Zwarma! 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 Was war das nochmal für eine Werbung? Mein Oma inkredigt! Ah, genau, stimmt! Nein! Zwarma! Du bist gerecht! Yeah! Mama! Das war aber! Was ist offen hier? Wie hab ich das denn gemacht? Hey! Ich bin voll gefeuert. Ich bin noch Drogen. Ich auch! Willst du mit mir Drogen nehmen? Alle im Chor! Lass mein Kanon singen! Wie darfst du einer so versehen willst? Was machst du da? Ich! Ja! Ich wurde geblendet, vergewaltigt, angespuckt. Ja, aber ich mein das nach dem geblendet. Ich hab mich geduckt! Nein! Oben ist ne... Ist ne Ding, so ne Fotze. So ne Hibana-Fotze. Und jetzt? Wo oben? Geh hoch die Treppe hoch und dann direkt das Fenster rechts. Da oben in dem Gang? Also die hing noch da. Ich weiß nicht, ob sie reingegangen ist. Alex, da musst du auf was... Da bin ich nicht von oben sicher. Da bin ich ein bisschen von oben unsicher. Ja, sie ist da noch, warte. Meinst du drinnen? Ne, jetzt bist du safe. Nur noch einer. Das ist mein Boy! Ich wurde vergewaltigt, angespuckt. Ich komme hinterher. Ich ruf nochmal an. Bist du sicher? Scheiße, 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 habe ich ihn? Nein, ich habe aber... Alex, gib mir nochmal den Diffuser. Kannst du mir den Diffuser geben? Achso, ja stimmt. Doppeln, doppeln, doppeln. Oh was, alle... Äh, Unmut, Abwand decken, bleib. Wir müssen jetzt hier halten. Ich denke, Mario von der anderen Seite. Hier ist leider. Wow, hier ist leider. Loll. Dicke. Ui, joh. Was? So, da oben. Null. 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 Oh mein Gott. Nachladen. Das schaffst du, Umut. Das schaffst du, Umut. Der ist jetzt an der... Kommt, der pusht, der pusht. Er ist bei der... Er guckt genau... Ah, ne. Guck links. Guck links. Links. In Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Nein! Ja, ey. Okay. Ah, beide? Ah, geil! Okay, geht. Geht doch. Aber wir haben die Runde gewonnen. Eigentlich müsste es ein Draw geben. Okay, scheiß drauf. Was für ein Pack. Meine Kugel war schneller. Achso. Das hab ich auch noch nie erlebt. Also ich hab schon mal ein Draw erlebt, das heißt es ist einfach unentschieden. Ja. Ja. Aber das... Hab ich noch nie erlebt. Ja, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. So haben wir gewonnen. So. Jetzt nehme ich mal zum ersten Mal IQ noch nie genommen. Okay. Okay, und... Wo, 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 wo. Rot aufgespringt. Oh, cool. Ist einer? Äh, beim Fenster bei B ist einer in Blackbeard. Ich hab glaub ich, ich hab sein Schild kaputt gemacht. Vielleicht hab ich mir... Fuck, 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 das ist... Hinter dir Chris. Ja, ich hab dann... Oh, das tut das so. Oh mein Gott, der hat mich getötet. Hahaha. Aber ich hab dazu noch ne verstärkte Wand, das ist mein Rücken ein bisschen gesichert. Ich sicher nur von vorn das Fenster. Nein, das ist offen. Fuck hier seiner! So gut, das musst du selber schaffen. Ich hab keine Zeit... Nein, das schaff ich nicht, das schaff ich nicht. Nein, nein, scheiß, ich bin tot. Ich muss nach... Ich muss nachladen! Verf*** die scheiß da, Alter! Warte, bis mein Ding leer ist. Bis mein Magazin leer ist. Egal, das schaffst du. Doc, Doc, yeah! Alter, wie krass ist das denn? Was hat... Wir haben es einfach aufgeschweißt, oder wie? Ja. Wie geil ist das? Rechts war, glaub ich, noch einer hinter dir. Da ist auch noch einer. Ich glaub, links am Fenster. Warte, leise. Da ist ein Typ so mit nem Blitz. Ein Blitzer ist da. Scheiß, die ganze Kamera ist weg. Ich hatte alles leer geschossen, ne? Nur noch die Pistolen nachladen. Und das... Ja, das war das dümmste. Aus dieser Distanz kannst du mich nicht flaschen. Und er wollte mich flaschen und dann hat er den Schild runtergenommen um zu zielen. Er dachte, er könnte mich so kriegen. Aber aus der Distanz werde ich nicht geflasht. Er nimmt den Schild runter. Ich zieh einfach nur auf die Kopfstelle. Ja, selber schuld. Ja. So um uns dann. Mach mal da. Oh! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Fuck! Oh! Hab ich viel Leben verloren. Bist du ein Dock? Ne, ne? Obwohl, das ist ein Verteidiger, ne? Wir haben nichts. So Muzzan, du musst jetzt aufpassen. Wieso? Ja, weil da Leute gucken, ne? Oh, oh, warte, 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 warte. Ich versuch mal was. Kann ich nicht durch die Wand auf meine Körner? Nein, 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 nein. Was? Läuft bei dir. Ja, ja, ja. Du wolltest den Winkel haben, ne? Das war ein Safer-Kipp, bei dir hätte sie noch entkommen können. Okay. Der Teaser ist noch in der Position. Let's see who's nearby. Okay. 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 Ich bin draußen, die töten mich auch noch. Schaffst du. Wir haben nur noch dich. Fuck, ich dachte er wäre noch gar nass. Okay. Kuhn ist super. Ja, aber Push, der hatte ich jetzt erstmal nicht. Oh, der ist auch cool, denke ich. Benutzt bitte die Kamera-Technologie. In der Ecke, ne? In der Ecke. Ich dachte mir doch nicht da, aber ich gehört habe, aber ich... Ah Mann, diese fucking Kameras. Ja ne, ich kenne das mit diesen Kameras. 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 Nein. Chris. Ich check die Kameras für dich. Was für'n Krampf! Und er verlässt das Game. Ja, Mann. Oh, was für'n Krampf! Ja, scheißegal, was dir... Oh Gott! Sehr abrätig genug! Oh, oh, oh! Du bist echt krass gerissen. Naja, ich wollte mir jetzt nicht überall fallen. Ich hab noch 16 AP. Sagen wir so, es ist dann schon schlechter um mich, aber... Okay, die Bitch krieg ich vielleicht so. Ja, die fallen alle sieht, Alter. Uiuiui. Was? Er hat vom Battle-Eye gesperrt! Nein! Oh, oh, oh! Aber trotzdem, vielleicht... Denkst du auf die andere Waffe! Maybe change weapons, aber... Change weapon! Change the weapon! Ja, Mann! Geil! Der Doktor Vlogs! Bei uns.